Aber Dr. Cortex, wir haben die Ursache vergangener Fehlschläge, noch nicht ergründet. Idiot! Dieser Beutelgax wird mein General sein, der meine Cortex-Kommandos zur Weltherrschaft führt. Dieses Mal werde ich triumphieren. Wir sind näher dran als je zuvor. Schnell hinein in den Vortex! Aber der Cortex, der Vortex ist noch nicht bereit. Wir wissen nicht, was passieren könnte. Wieder versagt! Schnapp ihn! Uh-oh! Bereitet den weiblichen Beutelgax vor!